Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Naruto Shippuden. Item Manager Storm 3 Full Burst. Im letzten Teil haben wir den Kampf gegen den neuen Schwänzigen gestartet. Und mittendrin war der Kyubi, ich sag mal Kyubi, der neuen Schwänzige schon dabei, Narutos Körper zu übernehmen. Doch was ist passiert? Naruto ist im Geiste seiner Mutter begegnet, die ihm nun im Kampf unterstützend zur Seite steht. Nun geht der Kampf weiter überspringen. Nein, es geht weiter. Die Kraft wird allgemein. Jetzt wird es weg. Jetzt wird es weg! Ich bin in der Kampf! Ich werde in der Kampf! Ich werde in der Kampf gegen den Kampf! Ja, ich werde es weg! Und ich werde es weg! Ich werde es weg, für mich. Ich werde es weg! Oh, ich habe es weg! Ich werde es weg! Das ist weg! Oh, das ist weg! Das war knapp. Na, komm doch, komm doch. Kleiner, putziger Fuchs. Hoppala. Der hat aber gut seine Tähne geputzt. Na, fangst du an zu schwächeln? Ja, hör doch auf das Sabern, das ist ja ekelhaft. Ja, du solltest dich ja nicht zu sehr verausgaben, sonst komm mit, nehme ich hier und poliere dir die Frässe. Ja, du solltest dich ja nicht zu sehr verausgaben, sonst komm mit, nehme ich hier und poliere dir die Fräse. Ja, du solltest dich ja nicht zu sehr verausgaben. Ah, Chakra-Tauziehen, Chakra erhöhen, Ninjutsu, du nutzes in diesem Kampf tauchen, beim Nonch-Winzing manchmal tasten ein Graman-Sagen auf. Ne, was dich da stellen würde, eine Tassenkampion ein, um in dem Chakra zu stehen, also gleich, ich bin schon dabei. Chukarimo! Hm, nein, schau! Hör! Dass du das alles sattest! Haha, du hast doch getroffen, QB! Hier... ...охör, du musst dich aufwinden. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das denn? Das ist doch nicht so. Das ist doch nicht so. Der Sieg ist mir sowas jetzt von sicher. Was? 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 Ich sollte wahrscheinlich nicht so früh sprechen, verdammt. Was? Siegen! Hicke! Geht! Geht, Uwe! Kugel! Mori! Verkau! Oh, 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 oh! Oh, ich liebe die Bosskämpfer in diesem Spiel, weil da so viel Spannung sich aufbaut. Und nun hat Naruto es geschafft, denn 9 Schwänzigen ist es bezwungen und der Preis ist sein Chakra. Und das ist jetzt halt ein besonderer Chakramus, in dem wir ihn gerade sehen. Natürlich, einfach da alles hier, Rangbonus, wunderbar, das tut mir doch an die Wand hängen. Und die ganzen Errungenschaften, die Freischade, ja, ja, ja. Gut, meine Legenden-Sachen erhöhen sich auch immer wunderbar. Ich denke, da das jetzt nur so kurz war, hätte ich das auch nochmal an den anderen Part anhängen können. Aber naja, wie jetzt seid ihr wiedergekommen, falls ihr den letzten Part auch. Auch gesehen habt ihr, das ist schon ein Chakri von uns YouTubern. Jaha, Hupala, da tue ich doch noch tatsächlich aus dem Nähkästen jetzt plaudern. Hm. Gut, was wird als nächstes passieren? Lasst euch überraschen. Nachts Jahr jene Girons 명, Laruto! Nach validation. Nicht注? Nicht注? Verkaufasche für diese Teile. Dann kann man ihn jetzt nicht blow town. Nicht注? Ich glaube, du bist so großartig. Aber... Das ist ein Riefdom. Ja, du bist, NARUTO, du kennst dich. Du kannst dich nicht so schlecht sein. Du wirst einen Moment warten. Du hast es geschafft, NARUTO. Ja. Hm? ... Ich habe jetzt... ... Ich werde jetzt wieder gehen. Aber bevor ich gehen, muss ich nicht sagen, was ich zu sagen. Was? Na, Nalu? Du bist 16 Jahre alt. Ich sage das, was du. Was du? Ich bin dein ganzes Geist. Ich bin dein ganzes Geist. Ich bin dein Geist. Ich bin dein Geist. Ich bin dein Geist. Ich bin dein Geist. Für ihn dein Geist. Ich bin dein Geist. Geist. Keu 사람, den Sch Dollar Zug spreadえて ab. Ich bin dein Geist. ene Geist um dich portrayalte deinen Geist. Jimmy? Ich habe keine enthusiasticene B König zu résistent. Ne нравится das? Du Geist. Geist. Du São drawalte ausPLAN. Unter dem einen anderen Mann, habe ich besonders mit dem Kewi gehalten. Das ist also ... ... dass meine Mutter ... ... die Kewi gehalten hat ... ... so ... ... das ... ... das ist ... ... das ist ... ... das ist ... ... das ist ... ... Ich bin hier als Kyubi gekommen. Aber erst einmal, dass ich es in der Karte gefunden habe. Wenn ich so, dass ich es so, dass ich es so, dass ich es so, dass ich es so. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich habe meine Mutter einen Geist. Aber ich habe das Glück. Ja. Ich habe meine Mutter vorgeschlagen. Ich habe mich nicht zu sehen. Das war nicht so, was ich. Was? Das Problem für die 16 Jahre lang von Küubius zu haben, war das ein Problem mit einem Schlag auf den Haken zu retten. Was ist das denn? Aber warum hat meine Mutter eingebaut? Ich habe es nicht mit dem Bein gesagt, ob es nicht mehr so. Genau, ich habe keine Zeit für mich. Ich habe mich überrascht, dass ich mich nicht so begeistert. Ja, das ist es. Nach 16 Jahren, die kürbische Kürbische zu schwenken wurde, habe ich keine Ahnung gehabt. Aber ich hatte einen Kürbische Kürbische. Also, was er? Es ist eine Ahnung. Ich weiß nicht, was er, warum vom Lägen nach dem Kürbische Kürbisch. Das war das Koffer. Was auch. Ich wusste, dass das eine einzige Koffer des Händler und die Koffer der Händleren verbunden wurde. Ich weiß, dass sie das Koffer der Händleren verbundenerten. Was soll das eine einzige Koffer des Händleren verbunden haben? Was ist das? Ich bin, dass das ein Koffer des Händleren nicht gesetzt hat. Ich habe das angebnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 これは、出産の際に、もし封印が解けて、キュービが出てきてしまった場合のことを考えての処置 ミナトも出産には立ち会ってくれることになって、準備は着々と進んでいったわ 出産に関しては、極秘事項だったけどね なら、俺は先に行くけど、問題ないよね もし、陣痛が来たら、すぐに周りの人を頼るんだよ 俺もすぐに駆けつけるから もう、わかってるって それと、木の葉の門に迎えの忍びがいるから、ちゃんと連れてきてもらうようにね あとは ミナト、私のこと、子供扱いしてる? いや、そんなことはないよ ないけど ほんと、いつまで経ってもその性格は直らないわね 心配無用、私は大丈夫 だから、さっさと先に行って、用意しておいて クシナ いい? 私たちはこれから親になるんだから おたおたしてたら、ナルトに笑われるわよ そうだね ナルトに情けない姿は見せられないな でしょ? わかったよ それじゃあ、先に行ってるから あとで結界の中で会おう まったく 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 慌てる気持ちはなんとなくわかるけど でも もう少しで 会えるね ついに ついに sondern es wird nur erzählt. Na gut, im nächsten Tag können wir jetzt mit Kushina noch ein bisschen im Dorf herumlaufen, bis es dann aufgeht zur Geburtsstätte. Die erst noch eine Geburtsstätte wird im Uschkon. Es ist jetzt also nur eine Stätte ohne Geburt. Ja, das wollte ich halt nur vorweg sagen. Das für diejenigen, die trotzdem wissen wollen, wie geht die Geschichte weiter, könnt ihr gerne zuschalten. Ansonsten werde ich wahrscheinlich auch nochmal zusammenfassen, wenn das alles gelaufen ist, was dann alles in den Parts passiert ist. Die könnt ihr dann also von mir aus auch gerne übersprengen, ist kein Problem. Wenn ihr halt mehr auf Action steht, ja, 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 ich kenne euch doch gut. Ansonsten, jetzt haben wir den Kampf gegen den 9-13 geschafft. Und nun wird Kushina was erzählen, im nächsten Mal. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Part gefallen, wenn ihr lassen, sieh's mich. Bitte wissen und wir sehen uns wieder bei Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Ich bin der 93 Choro, I love to entertain you, tschüss and goodbye.